Fashion Star. Die Spannung steigt. Gemeinsam mit Piqueur Eskadron sind wir auf der Suche nach den Fashion Stars 2021. Drei Reiterinnen und ein Reiter shoppen um den Titel bei Fundis. Sandra, Lara, Nadine und Dennis. Unser Juror, Turnierreiter Jens Hilbert hat die Qual der Wahl. Welcome to Fashion Star. Mein Name ist Jens Hilbert und ich habe die Freude, heute mit meinem schäckigen Outfit, dein Pony-Schecken, Picasso, heute das Thema It's Art, begrüßen zu dürfen mit der besonderen Kombination, nämlich Nadine und Kevin. Nadine, unsere Shopperin heute, Chemiestudentin und Kevin, Physikstudent. Also es wird ganz besonders und ich freue mich auf ein mega cooles Outfit bei Fashion Star. Nadine lässt es gerne krachen. Die 23-jährige Chemiestudentin experimentiert im Labor mit gefährlichen Stoffen. Ihre Liebe für die Chemie hat sie durch Zufall entdeckt. Ich war kurz nach meinem Abi im Urlaub mit meiner Familie. Wir waren auf Malediven und da wurde mir dann nach ziemlich kurzer Zeit etwas langweilig. Da habe ich dann mein altes Chemiebuch gefunden und ja, das war dann die einzige Beschäftigung, dieses Buch zu lesen. Und das fand ich dann so interessant, obwohl mich das in der Schule eigentlich nicht interessiert hat, dass ich dann Chemie studieren wollte. Für Experimente ist Nadine auch im Reitstall zu haben. Vom störrischen Schulpferd zum Reitpferd. Durch Freiarbeit und Zirkuslektionen hat sie ihren Picasso zum Reiten gebracht. Er ist ihre Konstante, ihr Ein und Alles. Mit Schauspielern und Modeln hat sie sich während ihrer Schulzeit dieses Glück finanziert. Ein Fable für Mode hat Nadine noch immer. Da darf auch eine Portion Glitzer nicht fehlen. Zum Shoppen im Pop-Up-Store von Fundis hat sie ihren Freund mitgebracht. Hi, ich bin Kevin und die Shoppingbekleidung des baldigen Fashionstars. Und hier sind die Spielregeln. Nadine muss zuerst die goldene Schleife finden, denn da steht das Motto drauf. Ihr Outfit und Picassos Outfit dürfen die 600 Euro nicht überschreiten. Alles, was sie shoppt, darf sie behalten. Vorher wartet noch eine Überraschung auf Nadine. Ihr Freund darf zwischen diesen ganzen Piqueur-Escadron-Produkten auswählen. Hat Kevin den richtigen Riecher? Noch wirkt er ein bisschen unsicher, ob er die richtige Wahl getroffen hat. Hier, ich hoffe, dir gefällt das. Das wird sich jetzt zeigen. Ach so. Nadine und Kevin sehen sehr stylisch und sehr fashion aus. Fühlt sich an wie eine Jacke oder sowas. Oder ein Pullover. Du darfst die Brille jetzt abnehmen. Oh, cool. Also die It-Pieces würde ich alle so nehmen. Gefällt mir. Puh, Kevin, erste Challenge erfolgreich absolviert. Die zweite Challenge kommt jetzt. 15 Minuten im Fashion-Paradies von Fundis. Du, Nadine, das Motto, das du gar nicht magst, wäre? Alles in Pink. Ich weiß nicht, ob das Motto wäre, aber das wäre... nicht gut. Und was wäre so dein Ding? Am besten blau eigentlich. Also so ein dunkelblau oder braun. Aber der ist ja von sich aus schon so bunt. Deshalb ist da eine knallige Farbe, glaube ich, nicht so passend. Und der Kevin hat einen sehr stylischen Undercut. Ohne Skinny-Jeans. Nein, such weiter. Ich habe noch nichts gefunden. Sag mal, Kevin, geht ihr eigentlich gerne gemeinsam shoppen? Ja, ja, wie man das halt so gern macht als Freund. Ach so? Nein, doch. Also wenn ich shoppen gehe, dann ist eigentlich Kevin dabei. Schnell wieder das Thema wechseln. Die zwei suchen ja immer noch nach der goldenen Schleife, auf der das Motto steht. In der Jacke versteckt ist. Drei, zwei, eins. Da hat die ganze Physik und Chemie Prozedur nicht geholfen. Hier wird das Motto nicht gefunden. Was ist denn hier los? Nadine, bei dir ist es wärmer? Ich bin wärmer als du. Also wenn hier einer am wärmsten ist, dann ja wohl ich. Langweilig. Oh, gerade gefunden. Oh, super. Blickfang Reithose. Begrüße den Sommer in deinem neuen Trainingsoutfit. Ja, das kriegen wir glaube ich hin. Okay, wir brauchen eine schöne Reithose. Ich glaube, zu dem hellblau passt ein dunkelblau, damit wir nicht zu bunt werden. Ja, ich habe hier eigentlich eine ganz coole. Sind das hier die einzigen Reithosen? Natürlich nicht. In dunkelblau. Siehst du noch eine? Ach hier, ne? Kevin, was hast du da in der Hand? Das hier sind ganz klar Flexi Soft Popor. Gamaschen. Gamaschen. Ah ja. Aber guck mal ganz kurz, die ist richtig cool, oder? Guck mal hier unten, das ist so ein bisschen... Ja, die ist doch sehr fitty. Ja. Okay, warte, also entweder hellblau oder dunkelblau? Würde ich, glaube ich. Damit wir bei den Farben bleiben, sonst wird das vielleicht zu bunt. Ah, sehr gut. Ich habe jetzt ein Problem mit den Größen. Es gibt ja S, M, L. M brauche ich. M habe ich. Sehr gut. Was mir an der ganzen Kollektion auffällt, ist, dass es eigentlich Glitzer mehr wieder in den Hintergrund geht und so ein bisschen mehr Fashion-Stoffe, so glänzende Sachen und sowas genommen werden. Schuhe brauchen wir noch. Schuhe? Wo sind denn Schuhe? Wenn das in das Budget von 600 Euro passt? Ja, dann warte mal, dann gucken wir nicht nach Schuhen, dann gucken wir lieber nach dem Pferd jetzt. Fünf Minuten sind rum. Ah, okay. Wir brauchen noch eine Schabracke. So kann man, glaube ich, nicht Fashion-Star werden am Ende. Oder muss es der Picasso rausreißen alles? Hier, PD. Nee, das ist auch Drussel. Okay. Warte, wo gibt es noch mehr? Das passt doch, oder? Ja, das passt. Das ist doch sehr schön. Ich muss aber auch sagen, ich würde was Weißes dazu auch ganz gut. Es wirkt ein bisschen, als wäre der nicht so Pferde-fit. Zumindest trägt der als Physiker immer noch tapfers eine Gamaschen. Jetzt haben wir Flexi Soft nicht mehr in Weiß, sondern Schwarz mit Fell unterlegt. Alles klar. Dann brauchen wir noch einen Halfter. Ich würde sagen, das passt vielleicht ganz gut dazu. Was Schlichtes ist besser als was... Schlicht will ich in dieser Sendung nicht hören. Das ist sofort Elimination. Nee, das ist super. Also, Schlicht bei Fashionstar ist wie in Physik die Fläche unter der Kurvendiskussion oder so falsch ausgerechnet. Deshalb überlege ich gerade, ob wir nicht lieber hier die anderen Gamaschen ohne Fell nehmen. Okay, dann komm her. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob das ins Budget passt. Guckst du einmal, ob das die gleiche Farbe ist? Kann ich. Das wäre super. So, Moment, was brauchen wir noch? Sagt mal ihr zwei, was glaubt ihr denn, was Jens Hilbert zu eurem Outfit sagen wird? Wie bitte, wer was sagt? Kevin? Der wird das super finden. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist das Outfit, was wir jetzt brauchen. Haben wir denn alles? Ja, ich gucke jetzt gerade noch nach dem zweiten Outfit. Und die Hose überlege ich noch, ob ich die sonst auch noch nehme. Kann man die Jacke da noch drüber anziehen über meine blaue Jacke? Bestimmt. Da geht es nicht um bestimmt, Kevin, sondern um Budget. Socken wollte ich noch haben, genau. Fürs Training. Blau als Farbe scheint ja schon mal gesetzt, aber ihr wisst schon, dass das auch alles passen sollte, oder? Ja, okay, okay, okay. Dann würde ich das jetzt ganz schnell anziehen, ja? Och, Menno, ich will gelb. Nadine zieht sich um. Jetzt ist Kevin auf sich alleine gestellt. Ja, stimmt. Futter könntest du noch holen? Kevin, du schaffst das. Und für mich vielleicht Handschuhe und eine Käppi? Überblick behalten, Kevin. Okay, was hast du denn für eine Handschuhgröße? Äh, siebeneinhalb. Siebeneinhalb, okay. Und guck vielleicht nach einem Strick noch. Ein Strick? Kevin, du machst das sehr gut. Okay, hab ich auch. So, ich hab die Hose an. Dunkelblau, normale Reithose. Hier ist Sommeroutfit, hallo. Was sagst du jetzt hier zu dem Strick und den Handschuhen? Sehr, sehr schön alles, ja. Nur wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht noch ein kleines bisschen Farbe da reinbekommen. Ja, ich hab ja gesagt, eine weiße Schabracke. Nee, ich glaub, das wär zu krass. Okay, dann. Zu krass, eine weiße Schabracke. Ähm, genau, aber das kann man auf jeden Fall noch dazu. Okay. Das ist super. Ey, die Handschuhe weiß ich nicht, wie... Ihr, das... Er hat sich so viel Mühe gegeben. Nur mal was zu essen. Hier, das ist auf jeden Fall gut. Bestimmt ist es das. Denk Eselsohn nicht. Ich hab gerade überlegt, vielleicht doch, wenn die dunkel sind, machen die die Ohren noch kleiner, oder? Full ist... Okay, wie viel kostet das? Ah, haben wir noch Budget? Gibt noch eine Kappe. 35. Okay, dann möchtest du es noch nehmen? Wir nehmen doch irgendwie so was Leckeres. Müssen wir auch an ihm einfach mal so was. Und zwar der Immunfit. Das muss top sein. Und was sagst du? Ja, ich würde die... Aha. Blickfang Reithose. Hallo, kommen wir jetzt dem Thema langsam mal ein bisschen näher, Schätzelein? Okay, warte. Die Sachen nehmen wir jetzt nicht, ne? Lass mal ganz schnell gucken, ob wir jetzt alles haben. Das müsste passen. Also ich hab das im Kopfbohren durchgerechnet. Die hast du noch nicht drin? Sicher? Und dann habe ich noch 10 Euro frei. Zieh wenigstens mal Busy Leggings an mit Glitzer. Dann hast du noch 15 Euro, ja? Ja, guck mal, was kostet denn so eine Käppi? Kosten weiß ich nicht. Steht auch kein Preis. Ne, 20 Euro. Ja, zieh du lieber die Kappe an und nimm sie weg vom Picasso. Mist. Och, Menno, ich wollte eine coole Reithose. Gut. Okay. Sehr gut. Dann haben wir auf jeden Fall die Sachen. Sehr cool. Okay. Bin echt gespannt. Und ich erst. Das ist bei Nadine im Warenkorb gelandet. Die dunkelblaue Reithose Lou Grip für knapp 180 Euro war am teuersten. Unter ihrer geschenkten Jacke im Wert von 150 Euro trägt sie ein Zip-Shirt für knapp 60 Euro. Nadine hat fast alles auf den Kopf gehauen. Nur noch 6 Euro von 600 sind übrig. Und wie viel Spaß hat's gemacht? Super viel Spaß. Das wäre echt cool, sich hier was auszusuchen. Was ist dein Lieblingsteil? Die Reithose auf jeden Fall. Zusammen mit der Fabrake für Picasso. Das finde ich total schön. Und so sehen Nadine und ihr Picasso zusammen aus. Beide tragen dunkelblau auf dem Kopf. Die Fliegenmütze gibt's bei Fundis für 35 Euro. Nadines Cap für knapp 20. Für die Hände gab's Röckelhandschuhe. Lässig über der Schulter trägt Nadine ein Halfter plus passendem Strick. Das Set kostet rund 37 Euro. Unter Picassos Sattel blitzt die Eskadronschabracke Glossy Compact für 70 Euro hervor. Nadine trägt an den Beinen Kniestrümpfe mit Glitzerschrift und für ihr Pferd gab's Proflex Classic Gamaschen für zusammen 140 Euro. Sind das unsere Fashion Stars der Staffel 5? Da hat Dennis, unser letzter Kandidat, definitiv etwas dagegen. Vom gescheckten Picasso und der Nadine geht's zum Finale von Staffel 5 bei Fashion Star. Und da kommt der einzige Mann in der Staffel, Super Dennis, ist am Start. Und genau, weil die Jungs zusammenhalten müssen, habe ich mir auch ein tolles Outfit für die nächste Sendung ausgedacht. Seid gespannt auf Dennis und Fashion Star.